Hi und herzlich willkommen zu einem wirklich wichtigen Tool aus der Analysis, nämlich dem Satz vom Nullprodukt. Ich bin Magda und ich zeige euch heute, woher diese mysteriöse Folgerung hier immer kommt. Also warum kann ich plötzlich sagen, wenn ich diese Gleichung hier kenne, dass x gleich 0 ist oder dass x plus 4 gleich 0 ist? Die Idee ist eigentlich ganz einfach. Stellt euch vor, ich würde euch hier so zwei Kästchen hinmalen und ich würde euch sagen, da muss irgendwas rein in das Kästchen. Und das Ergebnis soll 0 sein. Beispiel, ich sage euch, hier kommt eine 5 rein und frage euch, was muss ins zweite Kästchen? 5 mal wie viel ist 0? Und ihr würdet sofort sagen, kein Problem, 5 mal 0 ist 0. Klar. Anderes Beispiel, hätte ich nicht das erste Kästchen befüllt, sondern hätte ich euch gesagt, ins zweite Kästchen kommt zum Beispiel hier eine minus 2 rein. Frage an euch, wie viel mal minus 2 ist 0? Ihr hättet sofort gewusst, 0 mal minus 2 ist 0. Und da seht ihr schon, ihr habt eigentlich alles Wissen, was ihr für das Satz vom Nullprodukt Ding braucht. Ihr müsst nämlich einfach nur wissen, dass so ein Produkt hier, also eine Multiplikation von zwei Zahlen, nur dann 0 ergeben kann, wenn eine der beiden Zahlen schon 0 ist. Alternativ, das geht auch, könnten beide Zahlen 0 sein, ne? Aber wir wissen, mindestens einer der beiden Faktoren muss 0 sein, sonst kann am Ende keine 0 rauskommen. Und das ist genau das, was wir hier bei unseren Gleichungen machen. Wir sagen, hey, das sind unsere beiden Faktoren hier. Ein Faktor und noch ein Faktor. Das Ergebnis ist 0. Also muss entweder der erste Faktor, das x 0 sein, oder der zweite Faktor, das x plus 4 muss 0 sein. Und dann kann man damit wunderbar weiterrechnen und sagen, okay, erste Lösung in der Gleichung, x1 ist 0, oder zweite Lösung, wenn ich hier minus 4 rechne, mein x2 ist minus 4. Und das kommt zum Beispiel vor, wenn man eben eine Funktion wie diese hier gleich 0 setzt, um zum Beispiel ihre Nullstellen zu berechnen. Genau das gleiche Spiel haben wir bei der b. Da haben wir jetzt allerdings eine e-Funktion und trotzdem läuft alles genauso. Wir wollen die Nullstellen berechnen. Wir setzen sie also gleich 0 und dann folgern wir, hey, wir haben ja wieder ein Produkt, also sowas hier. Und dann wissen wir, einer der beiden Faktoren muss 0 sein oder vielleicht auch beide. Also muss entweder 2 plus x 0 sein oder der andere Teil, das e hoch x, muss 0 sein. Und da kommt jetzt eine kleine Besonderheit der e-Funktion ins Spiel. Da wissen wir nämlich, dass die e-Funktion niemals 0 ist. Ihr wisst ja, wie die aussieht. Die geht irgendwie so nach oben und die kommt zwar immer dichter an die x-Achse dran, berührt sie aber nie. Das heißt, da kann man so einen kleinen Blitz machen. Die e-Funktion wird niemals 0, die wird niemals die x-Achse berühren. Und bei der anderen Seite, da wissen wir, 2 plus x soll 0 sein. Wir rechnen also einmal noch hier minus 2 und dann ist die einzige Nullstelle von dieser Funktion x gleich minus 2. Was macht man jetzt aber, wenn die Funktion noch nicht als Produkt dasteht? Dann klammert man aus. Und das Ausklammern ist ganz, ganz wichtig, um hinterher den Satz vom Nullprodukt anwenden zu können. Wenn ihr wisst, was ich meine, alles gut. Wenn ihr keine Ahnung habt mehr, was Ausklammern ist, dann empfehle ich euch dieses Video. Da erkläre ich das nämlich nochmal. Falls ihr Fragen zum Thema habt, schreibt sie mir immer gerne in die Kommentare. Themenwünsche für neue Videos nehme ich auch gerne entgegen. Und ja, dann sehen wir uns vielleicht im nächsten Video wieder, wenn ihr Bock habt. Abonniert übrigens den Kanal. Ciao. Ciao. Ciao.